jo leute was geht heute eine runde minecraft wieder trijump und ja wir sehen uns einfach in der runde leute bis gleich ja leute da sind wir auch schon in der runde gelandet und ja heute ist kein thema anzusprechen einfach nur so trijump halt spielen ja ich habe bisschen in der zwischenzeit also von den letzten videos so ein paar runden spielen und ich glaube ich bin hier falsch das ist aber ein job ein richtiger job ok ihr seht ich was ein bisschen schneller durch die module so drei module haben wir schon ohne fehler geschafft das ist aber gut ich bin abgesprungen wartet ich bin abgesprungen bevor ich die sprinttaste gedrückt habe so das war ein sprung alter so was wollte ich wollte irgendwas sagen jetzt habe ich vergessen was alter leute was das für ein modul ich muss ich muss ehrlich sagen ich habe wirklich nur zwei runden davor gespielt also heute halt was ist das bitte kriegst du jetzt ein dingchen ja hier der sprung war gar nicht so schwer der ist schwieriger da kriegst du einfach keinen lol ich krieg den sprung einfach nicht hin muss man da runter muss man da runter ich habe es auch so geschafft jetzt okay das war ein komisches modul auf jeden fall alter ich dachte ich fahre jetzt in so ein loch alter so was soll das man nicht oder sieht man nein man sieht nicht wie viel coins man hat oder doch da 1100 ja jetzt 1450 und ja geil man kriegt wenn man verliert kriegt man 200 punkte und wenn man also mal diese drei ich habe es erst am letzten moment gemerkt dass das springen muss er das ist ja geradeaus gehen muss ok da ist eine treppe ich war gerade ein bisschen um strugging was jetzt machen soll genau was ich sagen wollte ist wenn man die tastatur hört oder so oder die maus jetzt müsste jemand hören ja glaube ich jedenfalls keine ahnung wenn wir dann sehen wenn ich das video schneide dann habe ich noch mein name hier 300 300 dann kann ich nur einmal verzaubern das haben wir reinkommen schatten ist und noch weg komm dann kaufen wir uns essen hier steaks was anderes hätten wir uns glaube ich nicht holen können und ich werde so oder so gerackt alter ich glaube ich war bei modul 7 oder 5 oder so und er ist einfach schon fertig alter ich glaube er hat nicht einen fehler gemacht ich werde mich erstmal in deathmatch so ein bisschen zurückhalten und dann wenn irgendwie keine ahnung fünf leute oder da sind erst anfangen mit ihnen zu kämpfen also wenn ich schaffe wenn ich kämpfen muss vorher dann kämpfe ich weil der erste ein bisschen krass der kipp und dann lieber ein bisschen halt so als anderswo als gerackt zu werden ok dieser sprung ist krass den haben wir geschafft ok ich glaube man muss die wirklich alle auf einmal machen so und zwar wenn ich ein bisschen leise rede ist gerade 21 uhr ok laufen und den habe ich richtig am anfang einfach gefehlt so weil er keine kipp hatte er folgt nicht mehr alles klar lol was mit denen los alter ok bisschen besser als in der letzten runde glaube ich alter ich weg ja richtig alle weg hier lustig wäre es wenn ich es noch gewinne ok ja der denkt ich bin leer oder so alter was geht mit mir ab ich war fast tot ok warte wir verstecken uns ein bisschen hier so oh nein da kommt einer bitte komm nicht her ich bin noch nicht gerackt wenn ich gerackt bin kannst du herkommen mein bruder ja kommst du kommst du kommst du mein herren weg alles klar ok das leben noch vier spieler wir warten mal ein bisschen wir warten mal dieser robin wo naraks oder wie der ausgesprochen wird der hat auch noch drei leben ok einer kommt es ist leben noch zwei die komm 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 wir racken die mal ein bisschen weg alter was hat der für einen schwer alter hoffe ich killt er den jetzt komm kill den alter er läuft weg schade man schade Nicht auf mich, Digga, wir müssen auf den Wie wir einfach zusammen auf den gehen So, echt lustig Warte Okay, komm, Rang Rang, Rang, Rang Lol, komm, komm, zusammen auf den, Digga Lol, er kä- Ist der dumm, Alter Ey, der ist so dumm, wenn er mich jetzt bekämpfen will, ne Ja, okay, ich hab zwei Leben, ne Aber trotzdem, der Erste, der hat besseres Equipment, ne Hoffentlich kämpfen die jetzt Jawohl, die kämpfen Okay, ich muss ein bisschen rängen Okay, da ist noch einer mit einem Leben, aber der hat ein Schadens- Ich glaub, Schadens-Treff oder so hat der Kann ich drauf wetten Also er hat auf jeden Fall ein Versautes Hallo Warte, ich schreib nur was Du warst wegen Fähr Ich heiß springen und dann Fokus an Alles klar Wo ist der andere Warte Digga, warte doch Ey Es kommt da wirklich mal Komm, versuch mich da weg zu eilen Oh nein, Digga Ich glaub, der ist besser als ich Naja, der ist besser als ich Ich werd den nicht kriegen Ich werd den wirklich nicht kriegen Ey, aber das ist der eine, ey Hä, wo bin ich? Achso Der eine, der vor mir da war, der grad gestorben ist Wenn der Mit mir den hier bekämpft hätte, dann Wär's vielleicht so fair ausgegangen Kann man so sagen Ich werd so oder so verlieren gegen den Komm, ein Hit Ja, ich glaub noch ein Hit Nein Ey, Digga Warte, wie viel Hits Wie viel Herze Steht es? Nein Ah, er schreibt auch nicht mehr Ey, ich bin raus Zwei Oh, Digga Ich glaub, ich hätt wirklich nur noch einen Hit gebraucht Oder zwei Höchstens zwei Ich hätt ihn fast besiegt, Leute Alles klar, Leute Vielen Dank dann fürs Zuschauen Bis Abonnieren und Kommentieren Ich vergesse, genau Nicht vergessen sowas Und bis zum nächsten Mal, Leute Ciao